Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben aktuell richtig geiles Wetter und mega heiße Temperaturen. Deswegen haben wir den Miki und seinen Feldkumpel Pablo genommen und sind mit den beiden hierhin zur Wuppa gefahren, um den beiden eine kleine Abkühlung zu gönnen. Und ja, wir wünschen euch wie immer ganz viel Spaß mit dem Video. Wir können direkt einfach rein. Bis zum nächsten Mal. Leidenschaftlicher Buddler der Miki, ne? Oha, Miki, die ganze Erde spielt auf mich. Komm hier! Jetzt kommen die zusammen, diesen Stock. Teamarbeit. Okay, jetzt fetzen sie sich um diesen Stock. Boah, Miki wird böse. Guck mal, es gibt so viele Stöcke. Aber es muss unbedingt dieser sein. Pablo will Miki's Knochen und Miki hat den schon angeknorrt. Einen Knochen darf sogar ich nicht haben, ne? Hast du jetzt den Knochen? Guck mal, das kann schon Miki, muss aufpassen. Wir haben hier eine etwas merkwürdige Entdeckung gemacht. Und zwar haben wir so einen Schädel gefunden, können dem aber kein Tier zuordnen. Also wenn ihr Ideen habt, was es sein kann, beziehungsweise dem Tier es gehört, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, bin ich mal gespannt. Bisschen entspannen, Miki, jetzt, ne? So, ab nach Hause. Ab nach Hause. Komm! Bis zum nächsten Mal.